Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren YouTube-Video im Bereich Amateurfunk. In einer der Hauptrollen spielt auch heute wieder mein Bulli T4 mit und die Kurzwellen-Antenne, beziehungsweise die E-Funk-Antenne Wülzen 1000. Ihr seht ebenfalls auf dem Bild das neue Dachzelt, was für die nächsten Campingausflüge genutzt werden soll. So, ihr seht jetzt die Antennen auf dem T4. Ich habe insgesamt vier Füße verbaut. Ein Fuß befindet sich da unter dem Dachzelt. Der kann portable genutzt werden, um dort ein PL-Kabel anzuschließen und dann einen kleinen Mast oder ein Stativ neben dem Bulli aufzubauen. Die Antenne, die jetzt ganz oben raus schaut aus der Formation, das ist die Wülzen 1000, eigentlich eine CB-Funk-Antenne, die ich aber zurzeit im Testbetrieb auch für die Kurzwellenbänder nutze. Daneben seht ihr die beiden UKW-Antennen. Eine Antenne benutze ich für APS auf 2 Meter und auf 70 Zentimeter für FM, beziehungsweise dann auch 2 Meter FM. Die andere Antenne wird komplett für das D-Star-Funkgerät vorgehalten und ich benutze es, um dort auch in den digitalen Betriebsraten mit QRV zu sein. Also insgesamt sind zurzeit drei Antennen fest auf dem Bulli aufgebaut. Zweimal UKW, 2,70 Meter und einmal Kurzwelle, beziehungsweise CB-Funk. So, wir befinden jetzt wieder einen Bulli. Zu den Arbeitsbedingungen zurzeit. Laut Internet ist der Solare Flugsindex für 10 Meter schlecht. Für 15 Meter ist er okay. Deswegen werde ich meinen ersten Versuch jetzt nicht auf 10 Meter, sondern auf 15 Meter starten. Außentemperatur sind zurzeit ca. 5 Grad. Es scheint keine Sonne, also nicht optimale Bedingung für das 15 Meter Band. Ich habe jetzt mal den Worst Case simuliert. Ich simuliere den jetzt gerade mal. Das heißt, die zweite Batterie vom Bulli ist alle. Das Funkgerät kann nur noch über den Akku betrieben werden. Ich habe mich jetzt für eine Leistung entschieden von 8 Watt. Und damit wären wir noch unterhalb der Leistungsdaten für den CB-Funkbereich, wie jetzt anerkannt ist oder erlaubt ist. Und damit wären wir aber noch voll im, naja, nicht ganz im QRP-Bereich. Also, ändern wir das Ganze mal auf 5 Watt QRP. Also, wir machen jetzt 5 Watt SSB, QRP-Betrieb. Antennen ist immer noch die Wildsten 1000. Ich jetzt mal kurz anpasse. Sollen wir jetzt gucken. SWR ist also bei 1 zu 1. Man kann auf dem Monitor einige Signale erkennen. Jetzt gucken wir mal. CQ. Da ruft jemand CQ, nämlich... Callsign, zack. E-play. To me. Warte mal, jetzt ruft er nochmal CQ. Jetzt warten wir mal kurz. So, UR ist europäisches Russland. So, jetzt antworten wir ihm mit... 5 Watt AC, aber ist schon ein bisschen kräftiger. Stopp. So, da waren wir jetzt nicht der, der angekommen ist. So, jetzt... So, jetzt... So, jetzt... Wie man sieht, führt er daran ein nettes QSO. Das Laptop ist noch gar nicht richtig fertig gemacht mit den entsprechenden Makros. So, jetzt warten wir mal weiter ab, was da so passiert auf dem 15 Meter Band. Dann werde ich die Station etwas leiser werden. So. 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 es gibt keine großen fehler ich muss die frequenz richtig machen dass man auch richtig im lockt steht so jetzt ruf ich mal mit 5 watt, es gehen gar nicht 5 watt raus wir verlieren noch einiges durch den matcher das heißt ich mache jetzt mal ein bisschen mehr Leistung Leistung auf 10 watt erhöht jetzt ruf der WCQ und dann probieren wir es nochmal mit 5 watt jetzt ich drehe mal ein bisschen leiser jetzt gehen circa raus an der Antenne der Akku ist nicht ganz voll das sind jetzt noch nicht mal 5 watt also wir gehen jetzt mit unter 5 watt jetzt raus gucken wir mal ob das jetzt gemustelliert hat das sieht fast nicht so aus da kommt jetzt noch jemand da kommt jetzt noch jemand das ist eine andere Station ok es ist ein Stückchen weiter nach oben nach der Frequenz gegangen dann probieren wir es jetzt nochmal dann probieren wir es jetzt nochmal so es sind jetzt wieder in Anführungszeichen wir können nur 4 watt hier raus gehen er ruft schon jetzt die Kuh das heißt er wird mich nicht gehört haben so ich rufe jetzt nochmal oder antworte ihm vielmehr so er ruft schon wieder CQ jetzt machen wir ein bisschen mehr so ich sende wieder mit circa 5 watt er ruft schon wieder CQ leider da war ich irgendwo nicht mit den 10 watt die ich jetzt habe sagen wir mal es sind ja gar keine richtigen 10 watt es sind genau genommen nur 4 watt ich das ich das das ich die ich ich So, das Band ist jetzt aber extrem still geworden, aha, ein Kurs O, gut, dann gehen wir jetzt mal auf den Italiener, versuchen wir das mal. So, Italien ist jetzt ja gar nicht ganz so weit, vielleicht ist das Band ja in die Richtung auch besser offen. Okay, ein extrem starkes Signal soll ich da nehmen. Okay. 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 Jetzt hoffen wir, dass ich direkt wieder die starke Station daneben sendet gleich. So, jetzt geht raus eine Leistung von circa 4 Watt. 4 Watt geht da jetzt raus Richtung Italien. Gucken wir mal, ob es reicht. Ach, das sieht nicht so gut aus. Okay. 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 Jetzt ruft jetzt schon der CQ, was natürlich ein bisschen blöd ist. Jetzt wäre es ja langsam mal ganz nett, wenn man mal durchkommen würde. So, jetzt versuchen wir es mal mit einem Trick. Wir senden unsere Rufzeit einfach ein paar Mal mehr. Ja, damit immer noch knapp an die 4 Watt QAP-Betrieb. Das heißt, er hat uns wohl nicht erkannt in seinem Wasserfall. Jetzt kommt man manchmal zum QAZ zurück. Er ruft schon wieder CQ. Wie man vielleicht auch ganz gut mitkriegt, bricht das Band auch gerade irgendwie extrem ein. Aus welchem Grund auch immer. Das rechnet auch inzwischen. Vielleicht sind einfach die Bedingungen auch nicht dafür da, um mit QAP-Betrieb jetzt extreme Distanzen zu überbrücken. Ja. Ich rufe schon wieder CQ. Ich rufe schon wieder. Ich rufe schon wieder. Ich rufe schon wieder. CQ. Man sieht auch schon, dass sein Signal auch schwächer geworden ist im Wasserfall. Aber so ist es mit QAP, wenn man wenig Leistung um die Welt will. Dann muss man auch mal etwas länger warten. So. Jetzt ist es aber mal ganz still auf dem Bund. Das sieht man, als ob das Band jetzt komplett eingebrochen ist. Jetzt ist da oben jemand. Das sieht gut. Aber ein sehr, sehr schlechtes Signal aus. Jetzt startet ja mal das ganze Band. Jetzt startet ja mal das Band. Jetzt startet ja mal das Band. Das ist gut. Jetzt startet ja mal das Band. Dann startet ja den Runden. Dann startet auch hier rein dann irgendwie den Runden. So, jetzt kann ich mich hier noch hinstellen. So, mir ist jetzt doch mal ein QSO gelungen und zwar jetzt nach Europa, europäisches Russland. Ja, gute 2.500 Kilometer und wie ihr genau sehen könnt, er bestätigt mich. Und ich sende ihn jetzt zurück, schreibe ihn jetzt nochmal kurz zurück. Power 4 Watt QRP. So, der hat es ja noch dazwischen. Zack. So, also man sieht, man kann schon mit der Antenne arbeiten. So, mir ist jetzt doch ein QSO gelungen, wie man sehen kann. Und zwar nach Russland, europäischer Teil von Russland. Das Ganze mit 4 Watt. Ich habe ihm jetzt gerade mal was rüber geschickt. Man kann also super erkennen, dass man ihn super lesen kann. So, da kann man es nochmal sehen. Das Rufzeichen. So, jetzt sende ich ihm mal kurz den 73 noch zurück. Und das Ganze mit wirklichen, kein 5 Watt, 4 Watt eher. Und die Distanz zu ihm war jetzt circa 2.100 Kilometer. Also schon ganz ordentlich. Also wie man sehen kann, kann es trotzdem funktionieren, mit 4 Watt PSK zu machen an der Wilzen auf 15 Meter. Das hat schon sehr gut geklappt. Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden drüber über das Ganze. Ja, da kommt er jetzt nochmal zurück. Gut luck, Dirk. Und da hat er es kurz auch beendet. So, das war auch schon mal ein schöner Erfolg jetzt mit der Wilzen. Und auch ein schöner Test. Vielleicht gelingt uns ja auch noch ein bisschen mehr heute. Im Laufe des Tages. So, jetzt ruft er wieder CQ. Wir haben es gelockt. Jetzt gucken wir mal, was vielleicht noch so alles geht. Ich guck mal in den Superbrowser. Da vielleicht noch jemand CQ ruft. Das sieht aber zur Zeit nicht so aus. So, ich habe jetzt eine QAP-Station in der Ukraine erreicht. Sie ist nicht so stark. Aber man kann sie mitschreiben. so halbwegs gut DH ist. Okay, da kann ich jetzt nicht ganz lesen. Aber er macht nur 2 Watt. Power. Hat dafür eine Yagi. 5 Element. Selbst gebaut. Ich schreibe hier so kurz auf. 4 Watt. Power. Power. Come now. So, jetzt sende ich. 4 Watt. On. Wilson. 1000. Klammer auf. CB. Antenne. Ja. Da kann man grinsen jetzt noch eine Runde. So. Die Funkverbindung wird jetzt auch wieder mit 4 Watt gemacht. Da bin ich schon mal zufrieden. Die genauen Kilometer werden einmal ausrechnen. Was dabei rauskommt. Aber das wird schon eine ganz schöne Distanz gewesen sein. Jetzt gerade. Wie man sieht, die Antenne funktioniert. Wir sind natürlich auch hier im sehr ungünstigen Bereich. Unten bei 300 Kilohertz. Empfangspektrum. Das Band ist auch irgendwie jetzt schon wieder. So ein bisschen arg eingebrochen. Da kommt er noch mal zurück. Da hat man Rufzeichen wieder ganz klar zu lesen. DO7DP. QRP. Antholonie. Das habe ich bei ganzen Filmerei leider vergessen. Das Logbuch rauszufüllen. Naja. Das muss ich nachher nochmal machen. Alles klar. So. Er bedankt sich für das nette. QSO. Ich bereite dann schon mal die. Wir wünschen uns alles Gute aus der Ukraine. So. Er schiebt uns eine IQSL-Karte. Da gibt es dann auch ein Foto. Plus. Mal Antennas. So. Coole Geschichte. So. DO7DP. QRP. DUT7MT. QRP. So. 73 kommt er zurück. Kriegt er auch ein 73 von mir jetzt mal zurück. Auch das wieder nur mit. Ja. weniger wie 5 Watt. Also ich schätze mal so 4 Watt. Also wenn der Wasserfall sich so betrachtet. Und. Empfängt die Wülsen doch. Ich denke recht gut. Man kann auch viele Signale sehr sehr gut mitlesen. Und insgesamt. Ist ja schon sehr gut. Auch wenn der S-Wert zur Zeit. Sehr sehr gering ist. Ist abgefallen auf S0. Aber man kann trotzdem. sehr sehr viele Stationen ordentlich mitschreiben. Und wie man ja auch gesehen hat. Kann man ja auch Verbindungen aufbauen. Man muss halt wirklich beachten. Dass die Arbeitsbedingungen zur Zeit extrem schlecht sind. Die Temperatur ist noch weiter abgefallen. Wir haben jetzt 3 Grad inzwischen. Und Sondenaktivität ist überhaupt gar keine da. Und. Das ist natürlich alles nicht sehr erforderlich. Für das 15 Meter Band. Aber generell. Ist es natürlich schon. Ähm. Eine schöne. Geschichte. So jetzt mit der. Wülsen arbeiten zu können. So da war jetzt sogar eine Station aus Amerika. Zu lesen. Da versuchen wir jetzt erstmal zu arbeiten. so. Jetzt sind wir schon wieder im europäischen Russland angekommen. mit unseren Funksignalen. Das ist sein Name. Serge. Oh tja. Sag mir jetzt nicht so viel. Okay. So. 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 Jetzt send ich immer meinen Text. So. Und sagt da unten. All Copy Fine Signal x Pro 4 Watt QFP. Natürlich nicht das weiteste Kurs, aber immerhin mit der Leistung von auch wieder nur 4 Watt ist das schon ganz erstaunlich in meinen Augen. 4 Watt ist immerhin nur die Leistung eines FM-CB-Funkgerätes, wobei man hier sicherlich nicht FM mit SSB vergleichen sollte, aber trotzdem ist das schon eine ganz schöne Distanz. So, wo ist er hin? Da kommt er wieder. Ah, dann ist es ein längerer Träger. Ah, jetzt kommt noch eine... Sorry, no copy. Sorry, no copy. Ähm... No... Ah, QSB and QRM. No copy. Sorry. So. Dann machen wir das jetzt nochmal. Ich nehme jetzt einfach nur... D5-9. Oder 4x5-9-9 in dem Fall ja. Das sind ja in PSK-Modus. Vielleicht kommen die ja wenigstens an, damit das QSO gewertet kann... Gewertet werden kann. Aber man hört es auch auf dem Transceiver. Das Band ist um einiges ruhiger geworden. So, für den nächsten Durchgang nehme ich jetzt sogar noch das High Surge weg. Und... Ja, jetzt rufen wir da schon jemand anders. Das ist natürlich auch nicht nett. So. Der sammelt bestimmt QRP-Stationen. 73. Dirk. So, jetzt hätte ich dir dann mal kurz den Rapport. Und dann mache ich 73. Gucken wir mal. So, jetzt logge ich das auch gleich. Und jetzt gehe ich hin und... Ich habe ja gerade hier andere Stationen schon gesehen. Jetzt sende ich dem einmal ganz, ganz kurz eine Info. Auch die Ukraine. Jetzt versuchen wir uns einmal kurz mit der Ukraine. RSC 599... 599... Vielleicht hat das ja. Oder wie man liest es... Ah, er hat es mitgekriegt. Haha. Gut. Hallo Dirk. Er kennt sogar schon meinen Namen. Ok. Dann kriegt jetzt... Ja, Hantholio, wie der Name auch immer ist. Da sind... 3.300 Kilometer. Ähm... Ok Tom. Ah, Replay. So. All. Copy. 4 Watt. Power. So. Der gute Home ist falsch. So. Alles klar. Und auch das wieder mit. Und auch das wieder mit. Nur 4 Watt. So. So. Zack. So. Jetzt machen wir mal die 73. So. Dann bedankst du noch für das nette QSO. PSK 31. USLW. E-Büro. NUTW. Hemradio Deluxe. Lognet. Und... Da war das SK. Und jetzt kriegt er noch seine Verabschiedung im QRP Modus. 2 Verbindungen in ca. 7 Minuten. So. Das war's. Jetzt war's mal. Jetzt geh ich mal hin. 4! 1! 5! 6! 5! 5! 10! 10! 8! Ah, das hat schon wieder geklappt, jetzt mal wieder die Ukraine, Ukraine, sein Dank, so, der Name ist Wladimir, der gute Herr sagt mir jetzt nichts, sind schon wieder so um die, ja, 2100 Kilometer, so, der Laptop-Akku baut leider schneller ab, wie er vom Funkgerät, erstaunlicherweise, so, es geht mal wieder mit 4 Watt, über eine Distanz von 2000 Kilometer, also wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn wir mal bessere Bedingungen haben, dann müssten wir auch mit der Leistung bedeutend weiterkommen, die Bedingungen sind heute wirklich nicht optimal, der Solara-Flux-Index ist nicht allzu hoch, ja, wie gesagt, kein Sonnenschein, es hat gerade geregnet und, 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 das alles hat natürlich zur Folge, dass die Ausbreitungsbedingungen vielleicht nicht ganz so gut sind, beziehungsweise eher schlecht, aber dass man dann mit 4 Watt trotzdem noch so weit kommt, finde ich erstaunlich, so, so, da kommt er auch schon wieder, Das LK wird auch noch zugesagt. Da ist das SK und jetzt sende ich ihm was zurück. So jetzt haben wir das nächste QSO, QTH, ist irgendwo in Spanien, das ist ein Special Call. So machen wir mal so. Versuchen wir mal kurz den Text. So, jetzt sende ich noch kurz meinen Text. 3,4,0, so. 79D. Dirk machen wir dann da noch draus. Der hat schon mit SK ja schon geantwortet, ist auch eine Späschestation. Dann machen wir da mal ein SK draus. So, dann machen wir ADD. Und gut, erst mal ADD. Du bist dann hier auf句 H милли Shark, bis zumủ. Einfach in der Hälfte, die hier mit der Hälfte ist, das heißt, was doch vielleicht die Hälfte ist, da haben wir das? So machen wir das? So kommen wir. So machen wir das, was wir das jetzt. Jetzt bitte.